Auf die mit Abstand schönste und mit Abstand intelligenteste Frau, die ich in meinem ganzen Leben kennenlernen durfte. Vielen Dank, bitte. Alles Gute. Ich habe euch auch lieb. Begrüßen Sie Dr. Alice Haaland. Danke. Glauben Sie mir, durch die Erforschung des frühkindlichen Zugriffs auf das... auf das... Alice, wo warst du? Ich war laufen. Ich hoffe, es war nett, denn du hast unsere Verabredung zum Abendessen platzen lassen. Ich muss mit dir reden. Es stimmt was nicht mit mir. Was ist los? Himmelich, trennt ihr zwar euch etwa, oder...? Nein. Ich habe Alzheimer. Früh einsetzend. Oh mein Gott. Ich sehe die Wörter in der Luft vor mir hängen, aber ich kann sie nicht erreichen und weiß nicht mehr, wer ich bin und was ich als nächstes verliere. Stethoskop. Millennium. Igel. Ich würde gern sehen, wie du aufs College gehst. Du kannst deine Lage nicht ausnutzen, nur damit ich alles tue, was du willst. Warum kann ich das nicht? Weil es nicht fair ist. Na und, ich muss nicht fair sein. Ich bin deine Mutter. Ich finde das alles zum Kotzen. Aber wir müssen die wichtigen Dinge in unserem Leben aufrechterhalten. Ruhe. Wir müssen es versuchen, sonst werden wir verrückt. Ich bin vielleicht bald nicht mehr ich selbst. Bitte sag das nicht. Ich muss nicht leiden. Ich muss kämpfen, um noch an den Dingen teilhaben zu können und um den Menschen nicht zu verlieren, der ich einst war. Also sage ich mir, lebe den Augenblick. Das ist alles, was ich tun kann. Den Augenblick leben. Das ist alles, was ich tun kann.